Herzlich Willkommen, mein Name ist Matthias Kirschenreit und ich habe die große Ehre, das fünfte Chopin Festival in Hamburg zu eröffnen mit einem Klavierabend im Museum für Kunst und Gewerbe. Ich spiele Werke von Johannes Brahms, von natürlich Frederic Chopin und es gibt interessante Gegenüberstellungen und das sind zwei absolute Herzenskomponisten von mir und wir sehen uns beim Chopin Festival in Hamburg. Ich freue mich drauf.